Hallo und willkommen zurück zu Kirby im Orange Ocean! Gleich mal sehen, was es hier zu sehen gibt, ja. Ja, der Satz war auch toll. Äh, lass mich, lass mich! Ähm, rechts geht's weiter, aber ich, ich glaube, ich gehe daran. Ach so. Ja, im Wasser ist der noch dämlich, um ihn zu bekämpfen. Vorsicht, Ralsgleicher, willst du? Haha! Ja, den Kampf habe ich gehasst. Äh, weil ich kann, ja, war jetzt Glück, weil ich kann ja die Gegner nicht im Wasser von mir wegschleudern, oder beziehungsweise nicht gut. Äh, ja, den hat das meine ich. Das ist, ah, ich kann ja auch nicht saugen unter Wasser. Weil Kirby steht ja ziemlich komplett im Wasser. Er ist einfach viel zu klein. Komm schon, gib mir was. Und? BAMS! Nein! Boah, das war knapp. Äh! Ja, der Kampf ist scheiße. Ah, ja, und die B-Taste. Man kennt's ja! Hepp! Ah, das was irritiert mich so was von. So, hoch und ballern! Zum Glück ist er gesprungen, sonst glaub ich hätte das nicht gepasst. Hat jetzt lange genug gedauert. Weiter geht's. Ja, du stehst im Weg. Oh! Oh! Oh, passt auf! Ja! Das waren die Steine, die wir eigentlich nur mit dem Hammer kaputt kriegen. Das waren die. Aber, wir wurden eines Besseren belehrt. Wie? Oh, 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 oh. Da kann ich auch wieder zwei Fähigkeiten auf einmal abgreifen, wenn ich jetzt schnell genug gewesen wäre, aber... Au! Oh, da, 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 da. So. Freeze! Na ja, ganz gut. Ganz in Ordnung. Moment, da geht's weiter. Verdammt. Äh, was gibt's hier? Oh, hier brauch ich doch auch wieder so'n Hammer-Ding. Meno! 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 Ups! Ja, ich wollte jetzt cool sein, mir zwei Fähigkeiten auf einmal schnappen und den Hammer kriegen. Aber ja, die Chance, das zu erreichen, ist... Oh, schon wieder fast gut. Ist ziemlich klein. Gut, wir gehen hier nochmal hin, wenn es denn unbedingt Zeit muss. Muss ja vielleicht gar nicht sein, wenn da bloß ein Leben oder sowas war. Aber ich glaube, es war mehr als bloß ein Leben. Äh, na ja. Macht auch nichts. Und? Äh! Zum Ende passt. Äh, ich überleg mir grad, wenn dann Geheimnis war, geh ich nochmal in die letzte Welt zurück, hol mir den Hammer und versuch's gleich. Und? Ja, da war ein Geheimnis. Verdammt. Ja, ich mach's, ich mach's so. Wir wollen ja schließlich alles sofort komplett haben hier. Äh, was war jetzt das? B-Taste? Du bist nicht mein Freund irgendwie. Sondern das heute nicht. Bin ich ein bisschen unfair von... Ey, das gibt doch jetzt wo nicht. Hier hast du. So, mein Hammer. Irgendwie braucht's definitiv ein neues Gamepad. Also, ich hätte zwar ein neues hier liegen, also... Das ist es nicht, aber... Ich mag das irgendwie. Es gibt es Gamepads. Es war ein Billigkauf für, keine Ahnung. Und, äh... Ja, mit dem hab ich sogar ein Wohne wie diese Guy durchspielt. Deshalb... Nein, 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 nein. Das tue ich mir nicht mehr an. Ja, deswegen verwundert es mich eigentlich, dass es noch... funktioniert. Nein. Ach, das war wieder großartig. Nein. Ach, Mist. Ja, und, haha, hier armen, armen Zuschauer, ihr. Ihr müsst euch das jetzt nochmal ansehen, wie ich mir die Fähigkeit nochmal hole. Oh, Mann, wie gesagt, ich hasse Wasser. Sonst bei Kirby. Ah! Ja, ich kann mich hier treffen lassen, weil... Gibt ja eh eine Maxi-Tomata am Ende des Kampfes. So, komm her. Huah! Springst, wusste ich. Ja. Aber ich wusste nicht, dass du zwei, dreimal springst. So. Neuer Versuch. Na, 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 na. Wenn es jetzt nicht funktioniert, Mensch, 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 dann zweifel ich langsam an mir. Ja, aber unter Wasser ist doch irgendwie so was von... Hilflos! Oh, das war wieder knapp. Ich muss hier hier unter Wasser lang. Komm, hoch, Fisch! Komm hoch! So. Da unten war noch einer. Hur! Noch einer Es ist doch nicht wahr Leute, wir sehen uns, ich hole mir den Hammer kurz, äh, offscreen, bis gleich So, da bin ich wieder Ja, es hat jetzt gleich funktioniert im nächsten Anlauf, aber Für jeden Fall, dass es noch lange dauert hätte, das wollte ich euch nicht antun Was gibt's hier drin? Ja, ein Geheimnis, gut Wenn es bloß ein Leben oder sowas gewesen wäre, dann hätte ich mich kurz ein bisschen aufgeregt Aber so, ist okay, ist okay So Und was gab's da im Museum? Gibt's hier was Nettes? Ein Reifen Na ja, vielleicht für später Da oben ist nichts, gut Leiter geht's Hör Du stehst auf dem Wasserfall, ja, Wasser Wo ist's? Ne, da ist sie, da ist sie Da war sie Nämlich dich hier mit Hast du da vorn? Ja, diese Sprungviecher, die hasse ich doch So, Vorsicht Hör Geheimweg, ha, ha Au War das jetzt fies oder war das jetzt fies? Das war Sehr fies Geheimweg, ha, ha Ja, oder explodiert einfach Apropos explodiert Nein Mist Irgendwie leckte es auch ein bisschen hier Wo ich nicht ganz verstehe, weshalb Ich mein, es ist ein NS-Spiel, hallo Stich nämlich mit Und wir sehen nach, was es hier drin tolles gibt Steine Ja, wir haben den Stein gesehen, der mich da so gekonnt getroffen hat Mist Dann das Ganze eben nochmal, vorausgesetzter Wahngeheimnis Alles kein Problem, hier, oh, oh, oh Irgendwie habe ich in Erinnerung, dass hier ein UFO kommt oder sowas Ist das so? Ja, natürlich ist das so Äh, UFO, komm bitte her UFO Oh, kommt es nochmal, wenn ich jetzt kurz den Bildschirm verlasse? Nee, natürlich nicht Oh, Mann Wie doop Oh, nehm ich eben dich mit Oder auch nicht doch, meine Fähigkeit Aber wir haben immer noch im Hinterkopf, wir brauchen Stein Ey Ja, 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 ja Kein Kommentar Ah, Mist Aber, wie gesagt, wir versuchen das Level gleich nochmal Außer Na? Es war natürlich ein Geheimnis, wie könnte es auch anders sein? B-Taste, ich hasse dich Ups, das wollte ich eigentlich nicht So, und jetzt hoffe ich, dass ich hier nicht getroffen werde vom Stein Gut So Boah, ich dachte schon Weil behalten ist jetzt die Devise Auch wenn da oben gleich was explodiert So Nein Es hat mich doch noch erwischt Mann So Vorsichtig sein jetzt Schieß Schieß doch Ich bin in den Rang geslidet, hallo Das verstehe ich jetzt nicht Wirklich nicht Gut, wir lernen Ey Ich hasse mein Gamepad Boah Wir lernen, wenn wir knapp dran sind mit der Energie, dann keine solchen Versuche starten So Gleich nochmal Denn man weiß ja, wenn man hingefallen ist, soll man gleich wieder aufstehen Oder wenn man gefailt hat, es gleich nochmal versuchen Haha Merkt euch das, Kinder Ah Eigentlich wollte ich jetzt hier den Stein benutzen Vielleicht macht mir das dann nichts Ja, richtig Leck mich, Kanone Obwohl das irgendwie nicht funktionieren kann Egal Geh weg da Dann nicht So Da sind wir Geheimnis Mit zwei Türen Mit zwei Türen? Hä? Was halt auch immer Da will ich jetzt kostenlach sehen Ach so Ja Warum man auch immer Ähm Da hin möchte Ich versuche jetzt trotzdem mal noch die andere Tür Einfach so Ja Schön Schön Alles klar Aber wir haben gesehen, eine Arena ist erschienen Die werden wir natürlich gleich austesten, was es da tolles gibt Äh, wo ist sie? Wo? Hä? Ah, da oben Alles klar Geh, da gibt's den Feuerball Au Ja, deswegen mag ich den Typen nicht Tak Und das war's für dich Und? Om nom 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 Weiter kann's gehen Mit dem Schiff hier Ähm, ja ein paar Minuten haben wir noch Wow Das war jetzt gut knapp Ehm, ja ein paar Teile Äh, je nach unten, da gab's doch was Hier, hier meine ich irgendwo Nichts Nichts Ja, ich war jetzt so Überrascht, dass da nichts war, dass ich einfach mal so, gestorben bin er kann ja mal passieren oder nicht na ja gut dann nicht das hat man auch immer unten lang kann und die Beter das gekleppt einmal mehr die Gizem Hammer der sagt ganz bestimmt wichtig aber ganz bestimmt wichtig hier da erinnere ich noch noch irgendwie daran ne nicht hier sondern hier die Holzkiste glaube ich ja geht kaputt wir müssen unten lang aber ich schaue trotzdem mal nach was es hier oben noch gibt nichts gut dann unten lang JL ja ich weiß nicht mehr genau was es da gab nee das kann nicht alles sein oh 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 was ist hier los ja genau bei der Bombe ist die Geheimtür nicht immer da rein Kirby ja das Leben war jetzt nicht zu holen wo geht's hier lang aha aber das ist dumm das ist dumm weil ähm wir können kein Feuer unter Wasser sparen deswegen müssen wir das ganz geschickt anstellen wir nach unten unter Wasser den Gegner schlucken äh nichts warum nicht dann eben so so mein hä auch nicht aber irgendwie ging das doch glaube ich den Kerl unter den Kerl unter Wasser runterschlucken meine ich doch war das so falsch scheint so hier hinstellen schlucken und äh ja es geht nicht es geht echt nicht äh wie soll ich denn das machen bitte wie zum genau hier stehen hier stehen ja das kann ich doch niemals schaffen Leute niemals wo bin ich jetzt hier auch viele Türen viele Türen viele Türen hier war so ein scheiß Geheimnis hier durch die Tür komme ich da entlang hin ja 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 hier ist nichts mehr dann gehe ich noch hier durchs Fenster ja das andere Leben alles klar äh ja das andere Leben ist eben ziemlich scheiße äh mit dem ähm den kann ich mir auch nicht vorstellen mit ich kann da gar keine andere Fähigkeit haben weil ich brauche vorher den Hammer brauche ich den wirklich? da bin ich jetzt echt unschlüssig gerade nun ja oh ich überziehe schon wieder verdammt ja das Level ist eh gleich zu Ende doch nicht doch müsste doch so sein ach ich will es einfach zu Ende kommen wow hier ein schöner Sonnenuntergang au ja ist mir jetzt egal so Level zu Ende und schaffe ich es nochmal nein ja nicht mal zur 2 hoch so war das sowas Wichtiges ja war es verdammt gut ich werde hier schneiden wir sehen uns beim nächsten Mal wenn ich versuche dieses komische Riesel da zu lösen ja bis dahin machts gut und tschö tschöne schiff also ja dann dann FS Vielen Dank.